Hallo ihr Superfans und willkommen in Jurassic World. Ich bin Superfan Bobby und heute spiele ich in dem neuen Minecraft Jurassic World DLC. Wir gehen zu dem Lockwood-Anwesen, um das Spiel zu starten. Ich gebe vor, der neue Praktikantepark zu sein. Und ich nenne ihn Willi. Dann versetze ich mich mal in die Rolle. Wir sind da und es ist mein erster Arbeitstag. Als Dr. Grant mir zum ersten Mal sagte, dass ich wilde Rabwehren und Spitzpredatoren bezwingen würde, zögerte ich. Aber dann sagten sie, ich könnte gratis nach Italien reisen. Meine Antwort, ich bin dabei und ich fliege in einem coolen Flugzeug. Toll! Wir starten, dann mal los. Ich habe es geschafft. Und wow, dieser Ort ist herrlich. Schau dir die schönen Bäume und Berge an. Bis jetzt ist es als Praktikant ziemlich einfach. Ui, ein Jungtier. Hallo, kleiner Freund. Wow, du bist ganz schön schnell. Zum Glück war der erste Dinosaurier, dem ich begegnet bin, freundlich. Wow, da sind mehr. Es gibt sicher eine Menge von euch. Sind das deine Freunde? Folgst du mir? Warum siehst du mich an, als wäre ich ein Burger? Ich bin nur ein neuer Praktikant. Ich dachte, du wärst lieb. Ich laufe nur hierüber. Und hoffentlich hören du und deine Freunde auf, mir zu folgen. Oh Mann. Puh. Ich gerettet durch einen Steinschlag. Das habe ich nicht kommen sehen. Tut mir leid, kleine Kompis. Das war knapp. Da ist es. Da ist der Außenposten. Hier werde ich herausfinden, was ich tun soll. Wow, das sind große Dinosaurier. Das ist großartig. Okay, wie soll ich nur hoch in dieses Ding kommen? Oh ja, eine Leiter. Das macht Sinn. Das mache ich doch super, oder? Ich bin ein toller Praktikant. Ich klettere einfach hier hinauf. Sehr schön. Oh, eine Tür. Perfekt. Gehen wir hinein. Wow, dieser Ort ist genial. So high-tech. Lasst uns den Strom einschalten und bringen dieses Baby zum Laufen. Das Oberdeck anheben? Na klar. Dann mal los. Und los geht's. Oh, schöne Aussicht. Jetzt kann ich mir alle meine neuen Aufgaben ansehen. Das wird so viel Spaß machen. Bevor ich gehe, nehme ich noch einige Vorräte mit. Sieht aus wie ein paar Rationen, ein Betäubungsstab und eine Tranquilize-Armbrust. Sehen wir uns den PDA an, den ich für unsere erste Aufgabe bekommen habe. Sie wollen, dass ich einen Carnotaurus zähme, damit er umgesiedelt werden kann. Carnotaurus. Das sind die Kleinen mit langen Hälsen, oder? Ganz einfach. Also gut. Legen wir los. Nun, ich bin hier. Laut der Karte befindet sich der Carnotaurus dort. Wer hätte gedacht, dass Praktikant zu sein so viel Spaß machen würde? Es hilft, wenn man so eine tolle Tranquilize-Armbrust hat wie ich. Das sind die Vorteile eines Praktikanten. Da ist sie. Moment. Ich erinnerte mich nur, dass der Dinosaurier mit dem langen Hals ein Brachiosaurus ist. Wie sieht dann ein Carnotaurus aus? Das ist der Carnotaurus. Und sie sieht hungrig und nicht glücklich aus. Tranquilize-Armbrust. Lass mich jetzt nicht im Stich. Oh Mann. Sie scheint schon länger nichts gefressen zu haben und will mich zum Mittagessen. Puh. Huch. Oh nein. Ruhig, großes Mädchen. Hey, du hast den Falschen. Ich bin nur Praktikant. Es ist mein erster Arbeitstag. Ich will nicht, dass es mein letzter ist. Versuchen wir es ein nächstes Mal. Ich habe es geschafft. Ich bin der größte Praktikant aller Zeiten. Dann benutze ich jetzt die Leuchtfackel und markiere dieses Tier, damit sie es an einen sicheren Ort bringen können. Wow. Ich bin so gut in dieser Praktikantensache. Was für ein aufregender erster Tag. Ich kann es kaum erwarten, diese neue Welt weiter zu erkunden und alles zu sehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Vielleicht rette ich ein paar Dinos vor Wilderern oder treffe einen neuen T-Rex-Front. Spannend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.